Ja, dann wollen wir das nächste machen. Und dann nochmal? Ach, willst du das echt nochmal machen? Diese eine Kombi kommt direkt aus der Hölle. Das ist, man muss Glockenspiel und dann irgendwie gleich rüberrennen. Und dann komme ich mit meinen... Und das geht. Dann komme ich mit meinen Grumbelfingern durcheinander. Und dann ist alles ja kacke. Nicht zaudern hier. Willst du nur die Musik permanent hören? Ja. Kommen wir nochmal an? So haben wir das schon wieder was durchgelassen, ja? Nee, nee. Ich kriege das Timing mit dieser Glocke da nicht hin. Ups, fast hätte ich den falschen Knopf erwischt. Der hört sich doch gut an. Oh. Hui. 100%. Ich hab die Kombi aus der Hölle geschafft. 78? Nein, das ist eins zu wenig. Ich hab 100% geschafft, Alex. Ich hab alles mitgenommen. Ja, ich hab die ersten Glocken-Dinger hab ich nicht erwischt. Weißt du auch nicht? Oh. Ich mach aber jetzt nicht jedes Spiel auf 100%. Das ist jetzt ja Ausnahme. Ich sag's dir gleich. Jo. Gute Nacht euch zwei, Baron. Gute Nacht. Ja, wünsch euch auch noch gute, gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal, hoffe ich. So, auf. Jetzt konzentrieren hier. Ja, ist ja gut. So willst du nix so. Ich hab ihn doch schon mal eingegrooved. Ich hab ein bisschen Angst vor den Glocken. Das weicht aber nicht. Das war nicht weicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, nein. Oh, gewischt. Oh. Oh Gott. Nein. Okay, jetzt hab ich aber auch drei durchlassen. Nein. Easy. 100%. Nein. Oh Gott. Oh. Nix noch. Ich denke ja, dass es am Freitag auf jeden Fall einen Stream gibt. Ich weiß nicht, ob mit Robin zusammen. Aber ich werde, denke ich mal, auf jeden Fall Valorant ein bisschen rumzocken. Habe ich wieder richtig Bock drauf. Mal gucken, ob Robin Zeit hat. Aber wenn, dann gibt es wahrscheinlich dann am Samstag oder so noch einen Stream. Mal gucken. Ich weiß nicht, wir wollten ja auch noch was aufnehmen, Robin, ne? Äh, äh, Daniel. Wir wollten auch noch was aufnehmen am Samstag, ja. Willst du das jetzt nochmal machen, ne, oder? Nein, lass uns was anderes spielen. Danke. Instrument, das sind blöd. Ne, also, äh, die Woche kommt auf jeden Fall noch Valorant, wenn nicht sogar, ähm, zweimal noch. Auf jeden Fall. Ich bin da ein bisschen im Fieber, muss ein bisschen trainieren hier. Ähm. Also muss ich Robin endlich mal schlagen. Was? Förderbandklee im Fieber. Ja, pass, pass, pass. Ja. Achso, das. Okay, immer oben, ja. Achso, du bist oben, ich bin dann unten? Mhm. Oder anderswo oben? Oder okay. Ich mach oben. Na dann, äh, das glaub ich weiß noch, wie geht. Genau, große brauchen schwer. Ja, rot. Die grünen macht man weg. Und nix. Ach genau, ich mach ja erstmal wieder so ein bisschen auf Vorrat gebabbeln. Nicht langweil mich hier. Habst du hier mehr auf dem Hintern, oder was? Nö, aber ich bereich halt schon mal vor. Bei mir kommt nix. Letzter. Oh, nix der. Eins. Easy. Super, 100% wurde. Ich darf den unteren Vater nie. Okay. Was ist denn hier? Mir klebt der Papa am Hintern. Ich bin ja mal weg hier. Auch so ein Fetisch, oder? Immer. Oh, da ist bei dir noch ein. Naja, easy. Denk fest. Na komm. Easy, easy. Krieg mal hin. Krieg mal hin. Gigeres Band. Ey. Das hat irritiert. Das war's noch schwer. Ja, okay. Haben wir aber so ziemlich. Ich freu grad Pappe. Was? 180 braucht man da? Wieso haben wir noch eine 74 geschafft? Wir haben doch nix verpasst. Wir haben jetzt auch nix durchgefleucht. War alles easy. Na sowas aber auch. Lass uns mal die neun noch machen, oder? Die drei Spielchen, die wir da gekriegt haben. Wir haben die, äh... Schneeballschlacht zum Beispiel. Das Emittas Pause machen wir nimmer. Das hatten wir auch noch nicht. Aquariumalarm. Aquariumalarm? Ja, stimmt. Haben wir auch noch nicht. Genau. Hatten wir den Zotierraum schon? Ah, egal. Wir machen das mal das Aquarium. Ja, wir machen das mal das Ding. Äh. Okay. Mal Anleitung lesen. Bringt alle Umschläge, die ihr findet, zum Hängekorb. Drückt die losen Bolzen mit den Hintern fest, um die Lacks zu stopfen. Schubst für ihre Fische wieder ins Wasser. Nehmt das Klebeband vom anderen, um die Risse im Glas zu flicken. Achso, das heißt, dann brauche ich von dir Kleber dann. Äh, wie komme ich da jetzt runter? Oh Gott. Das ist ja ein 2D-Jumpenrun. Hä? Achso, ich habe den Korb. Und der Quatsch. Ich brauche Kleber. Äh, Moment. Wie, wie, wie mache ich denn das jetzt? Alter. Ich komme da nicht hin. Ja, komm runter. Ja, warte mal. Du musst mit dem Rücken zu mir. Ja. Mann. Ja, mach mal ganz Stress hier. Äh, bei mir ist alles hier gerade. Fische, Wasser. Ja, ist ja gut. Hallo. Geht gerade nicht. Ich fahre kurz zu dir. Mann. Dreh dich mal um. Hier ist er auf. Mal ab. Warte. Mach doch mal Kleber. Aber ich habe ja Wasserproblem. Und Fischproblem. Oh Gott. Habe ich eigentlich irgendwo selber? Sind die jetzt kaputt? Warum habe ich da... Noch mehr Kleber? Da sind die scheiß Scheiben kaputt. Hör mal kurz stehen. Kannst du das einfach mal irgendwie 5 Baba auf Vorderdeer nennen oder so? Keine Ahnung. Ich bin ein sehr spontaner Briefträger. Oh, bin abgestürzt. Ja, komm. Schwebt man nicht so langsam runter. Oh, fuck. Ich brauche auch Kleber. Ich brauche auch Kleber. Komm mal her. Ja, komm. Nimm mich. Halt. Ich will Sicherheitskleber. Was? Ist das schon wieder auf? Ihr seid ja nicht ganz sauber. Ich bin weggefahren. Naja, so scheiße wollen wir ja gar nicht. Also dafür, dass es so ein bisschen kakotisch war. Clownfisch. Wir haben den Clownfisch. Achso, nee, haben wir nicht. Nee, das ist nur zu langsam. Das müssen wir noch tausendmal machen. Ja, genau. Okay, das brauchen wir glaube ich nicht nochmal machen. Das war dieses über die Dinger hüpfen und Briefe reinwerfen. Das hatten wir auch noch nicht. Das Luftpolsterfolientest haben wir noch nicht gehabt. Den Schneeballschlacht haben wir auf jeden Fall noch nicht gehabt. Na, die unten drei haben wir eh alle noch nicht gehabt. Oh, Luftpolster. Das ist ja so mit dir aufploppen, ne? Clown, clown, clown. Was müssen wir noch machen? Lacht Blasen platzen um Punkte zu verdienen. Befolgt die Anweisung um eine Menge Punkte zu verdienen. Lass die roten Blasen platzen, damit in der Nähe irgendwann alles platzt. Oh, das ist ja, das ist ein Spiel für mich. Das finde ich super. 50 kleine. Oh, weh. Du musst doch einfach mal drüber rennen, ne? Ach so, ach so. Ich denke die ganze Zeit hier. Zehn mittlere, okay. Das sind doch dann wahrscheinlich die hier. Ne, die kleinen, da muss man mit dem Arsch drauf. Die mittleren musst du mit dem Arsch drauf. Genau. Die kleinen musst du nur drüber rennen. Eine große. Deinen großen Blasen. Bist du hier an der Wand, oder? Beide, beide. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, bin da, bin da. Und, nimm den, nimm den mit. Mittlerer, 20. Ach, jedes Spiel soll den Luftpolster Rätsel haben. Also, nicht Rätsel, aber. Voll wie Rätsel. Oh, halt. Nein, der Rote. Wir brauchen einen Großen. Da ist ein Großer links von mir, komm her. Ja, bin da. Hopps, und hopps, und hopps. Der Nächste hier. Hopps. Ha, Kombo-Platzer. Mittlere, 10 Stück. Eine Große, wo ist denn eine Große? Links, 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 links. Ach, die sind immer bei dir dahin. Ah, die hohe Blubberblasen. Nein, bleib doch da. Fünf kleine, ja super. Das war jetzt aber, das war geschenkt. Mittlere? Warte mal, das sind noch. Achso, das ist der Große. Ups. Zeit ist um. Zeit ist um. 875. Ach, die Spiele sind aber schon irgendwie ziemlich am Limit gedesigned hier. Boah. Jetzt dachte ich schon hier, oh, das Seifenblasenstab. Komm, zum Abschluss können wir nochmal Seifenblasen-Dings machen. Nein, nein, Schneeballschlacht müssen wir noch machen, auf jeden Fall. Ja, wir müssen die unteren drei noch machen. Ja, dann komm. Schneeballschlacht. Ja, aber das sind Tag und Vieh hat ja mehr Arme als wir. Weiche Schneeballen aus. Es ist aber keine Schneeballschlacht. So, ich sorg für Nachschub. Halten, ziehen, loslassen. Ach Gott, wir müssen diese, diese... Alpaka-Dinger da wegballern oder was das für solche hier sind. Äh, wie ziel ich denn? Achso. Achso. Ey! Ach Gott, oje, ich seh grad, dass man im Ziel ist aber auch. Glückssache. Hä? Hä, ich hab einen. Jo. Okay. Ach, du Sau. Warum bringen manche fünf und manche zehn? Ohne Frage. Nein, jetzt weicht der blöde aus. Ach, die haben wahrscheinlich so andere Kämme. Guck mal. Fünfzehn. Genau, der hat so einen Hut auf. Lammermit-Hüte. Wie die Fräse. Hä, den hab ich doch voll getroffen. Mitten in die Luke rein. Ach komm, jetzt weicht der aus. Den roten will ich, den will ich. Hallo? Geht nix. Geht nix von meiner Sicht aus. Ach, komm schon. Das ist ein blödes Spiel. So, ist noch ein Zehner? Noch einer. What? Zeitung. Die Sau hat sich unsichtbar gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wir sind keine guten Schneeballschützen. What? Was ist denn Chucks Frauste? Ne, Frauste? Keine Ahnung, ein Köpfchen als Schneeball dann, dass du dann ans Schneeballkopf rumlaufen kannst. Ja, wer kennt das nicht, die berühmte Frauste? Mhm. Sortierraum. Bonus, da müssen wir jetzt Gold kriegen. Na sicher das. Ja, wenn wir die Briefe dann irgendwie reinstopfen. Ja, 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 ja. Ich bin in die Post angegangen, um Extrapunkte zu erhalten. Gestreifte Umschläge kommen in die Extrabox. Umschläge mit rotem Briefmagen können weg. Weg damit. Was ist das? Das sind irgendwie so keine Post. Gefährliche Post wird verbrannt. Wo weiß ich denn, dass die Post gefährlich ist? Na, wenn da so rotes Ding so drin ist, glaube ich. Das ist gefährlich. Ist ja klar, dass ich erst mal das hier schnappe, ne? Ich hole mir erst mal so einen gefährlichen hier. Oh, das sind gestreifte, ne? Was ist denn das? Achso, das ist so ein Hüpfdings. Was ist das? Achso, das ist orange. Komm, schau und du es da rein. Was sind das da? Was sind das für Briefe da? Er kommt, ähm, wegschleudern. Was sind zu wegschleudern, ne? Ja. Nein. Kann das sein, dass es Kombo-Punkte gibt, wenn wir da die Lichter da befüllen? Und sie riech mal mehr auf die gestreiften Sachen. Wenn du die siehst, geh primär auf die. Glaub' ich. Ja, die geben auch zwei. Ah, schau mal, diese Pfanddinger da. Die geben noch mehr. Das ist gefährlich. Und gefährlich war, glaub' ich, auch immer ziemlich teuer oder nur. Tatsächlich Zähne. Oh, come on. Hey. Nein, komm. Jetzt bin ich im Flow. Nein, wir haben noch vier gebraucht für den Silber. Na, schade. Ach, da gibt es die SOT-Brille dann. Aha, aha. Na, wirklich mit extra Cash, äh, vier. Okay, dann... Klingende Münzen. Das sind jetzt Pokerchips sortieren, oder was? Oh, weh. Das sieht kompliziert aus. Drückt Münzen hinzu, um den korrekten Wert zu erhalten. Oh nein, ist auch nochmal eine magische Vorgehen. Ich sehe der Tabelle nach, wie viele Münzen wert sind. Mit denen die Rolle-Taste bemindern, um die zuletzt... Ah, um die wieder rauszuwerfen. Ramadea. Brauche ich mit zwei, oder? Zwei. Genau, okay, das ist fünf. 82 auf... Wollen wir uns mal auf 110, oder was? 30. Hä? Hä? Dann müssen wir doch mal kurz eine erklären. Ich kapiere das nicht. Wo steht denn, wie viel ich da jetzt reinballern muss? Äh, du hast die Zahlen da drauf. Warte mal, das war zu viel. Ich brauche mal einen Einser. So einen Penny hier noch. Warte mal, hier einen Penny habe ich noch. Ja. Ach so. 83. Ja, 25. Ja, nochmal zwei. Und Silberner. Ja. Seien es fünf wert, ja. Ach nee, scheiße, ich habe zehn gebraucht. Oh Gott, ist es... Oh mein Gott, ist es nicht mein Spiel, glaube ich. Ups. Warte mal, da brauchen wir so einen hier. Da brauchen wir einen Penny, da unten nicht einen Penny, habe ich. Da brauchen wir einen Zehner? Ja, zwei Fünfer, da sind die blauen. Da drei, einmal ein Penny und ein Zweier. Und so eine Silberner. Ach so, jetzt habe ich noch so einen Penny rein. Warte mal, ich hole noch einen Penny. Ups, das war zu viel. Hä? Ja, da habe ich auch gerade reingeschmissen, warte mal, dann muss ich den hier gleich mal drüben rein. Mann, der ist noch voll zu viel. Oh, es ist nervig. Ups. Ja, den habe ich verloren. Ne, da ein Fünfer. Ey, was sind denn diese Fünfer, die blauen da. Ach so, die hast du schon. Oh mein Gott. Oh, das ist aber, oh boah, okay. Ja, ich glaube, wenn man da die Musterdinger mal so gelernt hat, dann, 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 ja, Monockel des Schätzers. Das ist genau das, was ich hier mache, hier. Ich glaube, wir machen nochmal zum Abschluss Dings, ähm, Luftpolsterfolie, so. Ja, Luftpolsterfolie. Kannst uns für heute mal gut sein. Ja. Ich glaube, wir sind eh ziemlich durch, oder? Wir sind dann durch. Haben wir eigentlich alles gesehen, bis auf das DLC. Oh, oh, oh. Ha, 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 ha. Hast du die gerade alleine gemacht? Ja. Wir wussten gar nicht, dass das geht. Da war gerade so ein Roder. Ah, ach so, ja. Okay, das macht uns nicht. Ich enge fest. Ja. Zwei große, äh, hier sein. Ja. Und da ist noch einer. Ey, ich hab doch auch einen Wahn. Eine große. Hier, da vielleicht. Oh, Moment, den Roden hole ich mal. Sehr schön. Ach, die anderen Dinger kann man hier auch wegmachen. Pick, pick, pick. Einfach mal mit. Ja, komm, geht das? Nee, geht das nicht mehr. Dann machen wir den hier. Wollen wir da noch einen? Ja. Bin mal zum Roden. Ah, war ganz kurz zu lang. Ganz, ganz, ganz wenig zu langsam. Ah, das ist die 58, das war aber zu wenig, oder? Nee, ja, Silber, Silber. Schade. Aber selbst der Roder, wenn ich hier so mitgenommen habe, das hätte doch nie im Leben gereicht. Nee. Vor allem, wie viel man spielen muss, um überhaupt so ein Ding freizuschalten, ne? Ja. Das ist ja der Hammer. Na gut, ich denke, das soll es gewesen sein, oder? Ich kann jetzt Telepost und hier habe ich nicht. Genau, ansonsten haben wir, glaube ich, alles durch. Sortierung haben wir gemacht. Aquarium, das Rosan-Kurs haben wir gemacht. Luftpolster, Mittagspause, Förderband, Fieber. Genau, okay, wir sind mal eingegangen. Haben wir alles gemacht. Ja, 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 ja. Sind wir durch. Wieder mal ein Spiel geschafft? Ja, Mensch. Wunderschön. Ja, und wir haben uns gar nicht so arg gezofft. Hättest du ja mal wirklich ein bisschen besser Musik spielen können, Mensch. Hat mich jetzt schon geärgert, dass wir 78 hatten. Ich habe das letzte Mal, habe ich hund... Okay, wir machen noch einmal, komm. Oh, oh nein, das hole ich nicht. Ich habe das letzte Mal, habe ich 100 Prozent gehabt. Ja, okay, na komm. Dann kriegst du nochmal deine scheiße Musi. Damit wir übrigens mal bei einem was Gold haben. Schluss ist erst, wenn der fette Kiwi sinkt, oder wie war das? Ja. Mit Abzug. Quatsch. Nein! Ich habe zwei durchgelassen. Okay, das krieg ich schon mal vergessen. Ja. Wie kriegst du denn, dass man zwei durchlässt? Ja, weil die direkt nacheinander kommen sind. Und wenn du einen fährst, dann fährst du auf den zweiten automatisch. Ja. 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 Dann mach ich selbst. Okay, ich glaube, da geht auf meine Kappe. Ich habe 100% wieder gehabt. Okay, das Ding ist dafür ausgelegt, dass wir beide 100% haben. Das ist ja fies. Es waren genau drei, die durchgeflutscht sind. Ach, nee, 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 nee. Nee, weg damit, weg. Einmal noch. Das werde ich nichts mehr schaffen, glaube ich, heute. Also einmal hätte ich es fast verkackt, weil da die Kombi, dass der aus der Hölle wieder da war. Also das letzte Mal so, und dann kann man schlafen gehen. Ich habe es versaut. Ich habe es echt versaut. Nee, wir können auch mal anfangen. Ich habe den Falschknopf gedrückt. Warum springe ich denn jetzt? Ja, klar, das ist so ein lauter Trompeter. Nee, nicht Trompeter, ja. Oh Mann, ey. Okay. Danke. Hey. Oh Gott, die Kombi ist so böse. Das sind nicht meine Beine, jetzt kommt die nur. Nein, nein, der letzte, der letzte, der letzte, ich stehe da noch davor und ich drücke und ich drücke. Du hast den letzten verkackt. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich stehe da so siegessicher auf meiner Trommel und denke mir da, ja cool, jetzt kommen nur noch zwei einfache Sachen. Eins gedrückt, zwei gedrückt, zwei macht nur so blöpp. Und ich denke mir nur, fuck. Ich habe sie gesehen und es ist so ein Pong und immer, meh. Das war pure Absicht. Nein, das war kein Absicht. Oh Gott, so ein blödes Spiel.